Es ist still geworden im Wald. Musik gibt es immer im Wald. Ob nachts oder tagsüber. Irgendjemand lebendiger, lebendiges und gibt von sich zu wissen. Im Wald lebt es und der Staat stirbt es. Die Zeiten sind gekommen den Weltbürgern sich zu entscheiden, ob sie sterben wollen oder leben. Ob sie das Leben oder den Tod wählen. Es wird Zeit für dich zu wählen, zu entscheiden und die Seiten einzunehmen. Das Lebensspiel hat begonnen vor einigen Jahren. 2019 ging es los. Spürbar. Ich war sicher, dass das, was jetzt passiert, sehr schnell geschieht. Die Wende. Die richtige Wende. Der Polsprung. Ohne Katastrophen. Die wird es nicht geben. Die Liebe hat triumphiert. Der Segen wird der Erde wiedergegeben. Und du darfst dich entscheiden, mit der Erde zu leben, sich zu erheben, empor zu steigen, zum Leben zu kommen. Oder mit den Würmern in der Erde zu bleiben. Und dann zu sterben. Und Nährwert zu werden. Für die, die leben. Entscheide dich. Deine Zeit. Die Quarantäne ist für dich dafür gegeben, die Zeit zu nehmen. Fürs Leben. Lebe.